Ihr bleibt, wo wir euch sehen können! Ich bin hier gerade reingelaufen und da fing hier ein kleiner Dialog zwischen Bürgermeister Heathrow und Kommandant Gerard Schattenwang. Und da bin ich jetzt einfach mal so zwischengegangen. Na gut, okay, also jedenfalls Quest abgeben. Lass euch mal ansehen. Vorsicht, eine falsche Bewegung und wir legen euch in Ketten ein Dorf in Gefahr. Wir brauchen keine Hilfe und wir wollen nicht das Fremde durch unser Land schleichen. Ich schleiche nicht, ich gehe, wenn überhaupt. Okay, zwei neue Quests. Hier gibt es einen Flugpunkt, den nehmen wir gleich mal mit. Dankeschön. Nehmen wir mal die an hier. Kinder der Nacht. Ich bin nicht ihr Feind, aber davon wollen diese Leute nichts wissen. Ihr Dorf wurde vor ein paar meiner ältesten Freunde angegriffen. Freunde, die nicht mehr am Leben sind. Ich weiß nicht, unter wessen Einfluss sie jetzt stehen, aber zu Lebzeiten hätten diese edlen Soldaten niemals so gehandelt. Doch die Lösung dieses Rätsels muss vorerst warten. Jetzt müssen wir erst einmal das Vertrauen der Dorfbewohner gewinnen. Schaltet die Soldaten der Rabenwehr aus, die die Dorfbewohner bedrängen. Wir brauchen jetzt nicht zugeben. Diese Leute brauchen unsere Hilfe. Verteidigt ihre Höfe. Das wird ihr Misstrauen lindern. Ja, ist in Ordnung. Mokfi. Aledut. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Die Gehöfte vergibt uns fremder Bürgermeister Heathrow. Heiß echt Heathrow. Scheiß die Wandern. Stand in letzter Zeit wirklich unter sehr viel Anspannung. Und ich kann ihn verstehen. Seine eigene Tochter Penelope ist seit zwei Tagen verschwunden. Verschollen von mir aus. Tatsächlich fehlen uns immer noch Informationen über einige Gehöfte im Süden. Oder Gehöfte. Was ist Gehöfte? Gehöfte? Egal. Das Haus von Bürgermeister Heathrow. Der Hof von Mutchenmarel. Und die Anlegerstelle der Red Cliffs. Könntet ihr vielleicht nachsehen, was dort vor sich geht. Wenn ihr uns helft, lässt sich vielleicht auch das Herz des Bürgermeisters erweichen. Ja, ja. Klar. Kriegen wir alles hin. Kein Problem. Ähm. Quest 1. Ist auch ganz schön dunkel, hier muss ich sagen. Holla die Waldfee. Ah, da kommt der nächste Hund. Da haben wir noch einen. Da haben wir gleich zwei. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Okay. Das war ein wenig. Ich weiß nicht. Ja. Du bist so schön. Oh nein. Du kannst sie nicht verlegen. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt an. Das ist doch auch meine Quests. drin moment hier ist irgendwie keiner kann das sein wenn man im erdgeschoss nee knecht noch ein knecht ach so ich sehe auch die ist auch hier draußen vergiss es alles gut so hier mutchen mal siehst du zielhilfe verwendet muttions leuchtpistole um sechs falken der rabenwehr zu markieren alles klar nachdem ich hier fertig bin mit meinem auge weil der ist nämlich gerade bisschen ok so und rettet den mais was haben mit fünf getreidefässer treffer aber sowas von den habe ich gar kein problem jetzt soweit was mit denen da hinten da kommst du auch an aber echt so nummer vier da ist nummer fünf nummer sechs ist so weit weg ne ne da vielleicht wenn er jetzt nicht dreht und auch dann der hier links warte kurz so schwer war das jetzt ja sowieso nicht okay einmal das dann hier zielhilfe quest wenden dann können wir uns kümmern wir uns hier noch um die fässer fünf stück müssen wir davon einsammeln das licht stärkt euch und erhöht euren schaden gegenüber untote um 100 prozent alter was sagt man dazu zwei von fünf noch zehn sekunden das sind aber keine untote doch das sind untote das war jetzt auch die fässer da hinten haben wir noch eine blume die lässt sich aber erst mal ich glaube die brauchen wir nicht also brauchen wir schon zwar aber ich glaube auf die eine kommt jetzt nicht an obwohl er kommen wir mit das ist es ist rollen gerade hier im game oder ist es bei mir hier in real life also irgendwie so da oben auch noch zwölf von zwölf die hatten wir zumindest schon mal was haben wir hier gekriegt gewinnt auch in derzeit auch aktefakt 700 472 millionen aktefakt ja bitteschön immer her mit der aktefakt macht oh wir müssen wieder hier runter so cecil redcliffe es gibt sie uns denn schönes gegenstand stufe gegenstand stufe ist schlechter als wir jetzt schon haben aber wir kriegen noch ein rezept dazu sehr gut findet rotschnabel am bradenbach und schlag der beste den kopf ab rotschnabel befindet sich nordwestlich von hier hinter den anleger stelle bringt mir seinen kopf unbedingt da vorne ist er noch nicht doch rutschen doch natürlich das ist er doch mann ich habe mal ein bisschen dem boros hoch so so erledigt da hast du schon den kopf was habt ihr zu erzählen und für dem das für 20 gold wird werden das aber nicht anziehen weil wir ohne warte mal äh 279 ja nee 279 genau nee also nee 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 wir werden es nicht anziehen nein aber hier das rezept das können wir uns auf jeden fall neue rezept fürs kochen äh und jetzt noch hier überprüft das haus heathrow einmal hier eiskalt durchmarschieren solange bis wir hier von unserem kohle runter geschmissen werden ok das waren jetzt ziemlich viele das wollte ich jetzt nicht scheiße ok wie jetzt da hat es den boros umgehauen scheiß jemand an und da ist er doch wieder keine neue quest dazu gekriegt bringt das signet signet das wächter zu jahr und schatten sagen ja ja alles klar vorher müssen wir noch hier rein spazieren den den hund kurz töten die gerechtigkeit und getötet und penelope heathrow bitteschön ja es ist auf jeden fall sicher darf ich zufällig die abkürzung oh hier ist was lilandes oh ok so wo hast du denn die abkürzung scheiße na egal gut dann jetzt wieder zurück in der hoffnung dass wir hier nicht vom kohle runter geschmissen werden doch verlangsamt so zum glück bist du wohl auf ich hatte solche sorge lord schatten sang ich habe mich in euch getäuscht senkt alle eure waffen und euch danke ich für das aufwinden meiner tochter bitte fühlt euch hier willkommen mal eben ich mach mal jetzt muss ich kurz gucken ähm ja ich mach mal eben noch die namen weg kampf anzeige ne namen alle quests keine so jetzt nochmal und fragezeichen weg so ist doch schön gut mal kurz probelgucken probelgucken ganz probelgucken ja hier siehst du das sieht schon besser aus als eben halt das hier wenn dann somit ja nee das sieht kacke aus kann ich gleich mal löschen da hat jemand die tür zugeschlagen so das auch nochmal löschen und das löschen da haben wir nur noch das das ist ganz ok verdammt jetzt war ich doch interface name alle sehr gut ok einmal hier den kommandanten meine klinge ist bereit kinder der nacht quest bänden und das signet äh signetten ach das wäre ich das fertig ok bürgermeister dies ist eine schwierige zeit aber er nimmt da ein tempo ab ach das nervt doch man hier nimmt er auch ein tempo ab knallt zwar ordentlich an na hier knallt da mehr anrüstung rein intelligenz wie sieht es da aus crit ja dann nehmen wir den scheiße zieht zwar ein tempo ab aber naja mut und ehre ok sprecht mit jaro schattensang beim mausoleum in des hauses rabenkrone gute reise wir beschützen unsere lieben ich bin bereit zum aufbruch los geht's das war eh ein kurzes kurzes vergnügen naja Zeit um was zu saufen oh das ist noch oh das ist noch das ist noch richtig Verzeihung das ist noch verdammt kalt habe ich nämlich vorhin vom Balkon raus äh reingeholt äh und draußen sind das also es sind zwar 6 grad aber trotzdem noch also im schatten ist es recht kalt und äh trinken immer noch kalt und das glaube ich seit einer halben Stunde oder so halben Stunde Stunde habe ich das jetzt schon in der wohnung die geschändete grabstätte die dämonen hier an der rabenwehr und die feindlichen nachtelfen sind keine zufälle die legion hat lord rabenkrone auferweckt punkt mein einstiger meister wandelt wieder unter den lebenden dit ist wahrscheinlich nicht sehr gut was will die ach pff entschuldigung was will die legion von rabenkrone er ist tot und wurde schon vor zehntausend jahren beerdigt was bradenbach oh dazu nur noch eine quest dann hätten wir das hier auch durch knaller wir beschützen unsere lieben welches äh die raben wer ach das bestimmt dann die hier cortalus rabenkrone lord rabenkrone war ein furchtloser anführer ein gestrandeter befehlsinhaber ein aufrichtiger und ehrenvoller mann und ein lehrmeister und beschützer seines volkes mal furion ilidan tyrande und ich wir waren noch jung als er uns half unser schicksal in die hand zu nehmen viele legenden ranken sich um das siegel seines hauses lasst euer blick für einen moment auf die auf dem siegel über seine ehemalige ruhestätte verweilen danach werde ich euch mehr über sein vermächtnis erzählen betrachtet das siegel von rabenkrone guter lord rabenkrone starb vor langer zeit doch ich werde ihn immer als mentor verstehen wir machen hieraus mal einen cliffhanger und dann in der nächsten folge quasi direkt hier weiter in diesem sinne dankeschön fürs zu gucken und bis zur episode 72 peace achso ähm thork hat das letzte wort entschuldige bitteschön mögen sich unsere wege wieder kreuzen